Ich mache das erste Mal Fondue, also einmal im Krankheit hatten wir ja Burgunder von sie. Und Schoko von mir habe ich schon mit Mama gemacht, habe ich schon mal geschehen, aber jetzt erst mal Käse. Das ist übrigens ohne Eichholz, gibt es auch mit. Das ist übrigens ohne Eichholz, gibt es auch mit. Das ist übrigens ohne Eichholz, gibt es auch mit.